So Leute, wir sind hier wieder bei Monster Hunter nach Wochen des Nicht-Spielens. Der heißt aber Azuren-Ratanus, ne? Ja, Azurna, oder? Er ist halt Azur-Farben. Wir nennen ihn Azurs. So, wir sind jetzt zu dritt mit den Hippi und den Aiden. Ich bin ehrlich, ich habe seit eineinhalb Wochen nicht mehr gespielt und da du den Singleplayer ein bisschen mit den Hammer 2, nein, 3 Folgen war es, glaube ich. Mensch, ich werde bestimmt zweimal sterben. Und dann sage ich, dass es eure Schuld war. Ah, weißt du, was ich vergessen habe? Energydrink. Ich brauche keine Sau. Hä? Auch keine Sau. Stimmt, ich habe voll, oh, oh, der steht da neben mir, aber der sieht richtig cool aus, so. Mal komm, ich hab so einen Hof ab hier. Schön im Start, oh, trafen halt das da. Ey, Gemüse, meinst du? Äh, ist das Rathalus oder Rathian? Rathalus. Rathalus, ah, okay, ja, stimmt. Jetzt wird es sagt, es ist echt, ja, der sieht doch cool aus. Die Fahrer in Rost. Was seid ihr? Äh, in 8 Uhr sind. Schießt ihr ein paar Feuerbälle. Ich glaube, ich hätte eine andere Waffe nehmen, so eine Feuerwaffe. Äh, ja, Eisert und Drache. Okay. Kein Elektronischer? Nein, Eisert und Drache. Okay. Oh, was machst du noch? Ja, schießt deine Vorrufe. Ey, wie ätzend war das denn? Äh, Äh. Dazu fragt er, was ist ja ätzend, der fliegt sehr oft oben. Nein, der fliegt macht Feuerball, ich komme auf manchen, wen der zweite Feuerball trifft nicht. Äh, ich würde ihn mit spänken, der fliegt sehr oft. Ich hab kein dabei. Ich mach mal. Ach, der Hippie war jetzt hier der, der meint hier so, der kennt sich aus. Der ist noch ein Dorn, ey, den chill mal irgendwo wieder. Hippie hat gerade den Weg vergessen nicht zuerst kommen. Traurig, so was traurig. Chillst du dich nicht? Nein. Wisse, dass der, der jetzt gestern noch ganz alt am Zocken war, und sich auskennt, das ist nicht da. Ja. So schön, man trank. Werte. Ich weiß nicht, meine von euch. Ich war, ich hab, ich hab Freitag zocken. Bis zu zwei Uhr morgens. Ja, und wir haben Sonntag. Ihnen das war vergessen. Ja, wann habe ich das jetzt mal gespielt? In meiner letzten Woche, äh, ich glaub, also wir haben heute Sonntag letzte Woche, äh, Montag oder so hab ich gespielt? Aber wir haben uns vor dem Nagar Kuka. Ja. Ja, er guckt doch keinen. Hast du dumm Bomben dabei? Oh, schön, jetzt kann ich nicht. Cool, der kommt, ne, wenn er, äh, einfach mal so nur drauf holen kann. Hast du doch keinen? Ja, ist er doch schon. Hast du keine Karte? Oh, da gibt der mir jeden. Hast du am Shiny gehört? Ja. Fahrerfüßen. Schön. Einmal bitte heilen. Zack. Ach ja, jetzt, da bist du ein Hippie, das ist ja, das ist ja uns völlig egal hier. Das ist Großrahmen drin, oder? Ich dachte, ich werde Trill. Ich hab Großrahmen drin. Okay. Ja. Vergiftet. Vergiftet. Vergiftet durch die Krallen, äh. So, ich leg mal ne Falle. Ja. Man denkt nicht so dran, wegen den Drachen los und so. Ja, er liegt, ja, sehr schön. Ich hab alle gelegen. Ich hab nur so, 360 Strachenschaden, oder so. Okay. Ja, ich hab mich nicht nicht mehr gesehen. Ich hab mich nicht mehr gesehen, das ist ja, ich hab mich nicht mehr gesehen. Okay. Du hast meine Begriffe, muss ich mir einfach zu gewinnen. Ich hab mich nicht mehr gesehen, ja, ich hab mir schon normal mich. 10 Franken. Oha, sie warenssache. Oder ich hab mich, das ist aber nicht mehr. es geht was ach so ja es war wirklich ätzend also mit Fitteln Lagiakus Platt am Ende und ihn in Saphir wobei als wir das als das dritte mal angefangen haben zu fahren dort ich meine Sachen schnell bekommen ja was der Tommen wie hieß er ich weiß nicht mehr Thomas es ist doch fast richtig er hat und größte TTT bietet die Tee Timmie Komi die alle durch tränke die ganze Zeit gehalten werden ja danke dass man ich habe runtergeholt hat die Schnauze ich hätte auch gemacht wenn ihr fragt ist ich keine Wachseinsätze sie bringen nix gegen den ach so ach du spielst sind es kommen die Dinge was du brauchst du hast Prozent die bringen nichts aber ich kenne sie nicht sehr sehr clever die Prozent Schlamm Schnee Nichtig Prozent Schatzberg um die Lange Schlamm nicht die Knie und ich die die noch mehr was soll abwerfen die Lern die Sitzung der Eglert zu den Verschmutzten und das war gesehen wie die Rüstow von den Westen Propper nur die Formen und so war bewusst davon wie sonst ich schreibe sie nicht schockt ist voll aufsagen viele dass sie sind geil verwirrt und vergiftet in der Städtischen kann man belegt schon also viel sein dass sie ganz cool ja kann es hält die Stier auf dem auf der Hölle holen also zu müssen es war auch von los geht um den blau der Labbadon nirght das ist mal gucken ich bin mir noch überlegen was noch zum Schumacher für Schütze wieder weil Elfenbein Lagiacus muss das nochmal sein klar doch okay bist du dabei klar doch also für das schon gespielt hat läuft es doch noch ganz gut Limo sehr schön man weiß nie he 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 hast nicht so Anti-Gift-Style so oder nee, hab's nicht so viel braun ich hab auch ne Schockfrage ich auch aber irgendwie ich hab mir irgendwie mehr ich weiß so den ersten Ratterröster wir gemacht haben der war auch total lame der haben wir auch verschnitten ähm der Azur abzulassen ist einfach er nervt er nervt er fliegt die ganze Zeit hin und her jetzt sabbert er so, was zu fressen Achtung Schockfalle direkt und drin er hat noch überlegen können er hat noch überlegen können fangen da weiß das Fangen wir töten den ich habe keine Verlust nicht gekackt keine Ahnung, wenn man draufgegangen ist ich kann nicht, ich hab ne Schlagwaffe ich kann auch nicht, ich hab ne Klingwaffe nicht so, es gibt das ist es nicht das ist nicht so, es gibt vorliegend öhre, ich glaube ja r statische er läuft zu füx, die es gibt etwas zusammen und aber das ist immer so so konnten einmal die Mischung wir haben es können eine gute die gute die gute so wieder vorbeiläuft die spüße wenn ich auf mich hin die 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 ich hier mein Kind die roten Modus der Kurschmungs gleiche Woche der gleiche Fall ja Bumme ist schon die Wieser Tatmodus so ein von Wegschüssen sagte so jetzt tötig wichtig und bis zu sagen dass er das nicht kein Problem also soll ich sagen und große Macher das können Sie sagen wenn ich fast tot bin nicht auch noch ein Talisman ausfam ich will ja ja mein Talisman zu groß Nehmach mit Hansson ist Prozent Angriff und Großraum extrem Angriffs 7 Großraum plus 5 und die Dekoration was muss es die Dekoration geben die Großraum ja auch hoch auf Sieg auf 10 und ein Schmein was die Materialien wird auf die Kraft des Deckels sich das weiß ich jetzt so der Entschuldigung von der Fahnden nur so nebenbei wo auch dann gelaufen das ist das Problem auch wichtig ich meine auch hier den Stein ein ich sag wie immer weg vom Kopf und dann ich hatte dafür sich ein Städtman gegeben auch ein Schlagwaffe ich kann verkaufen ja schön dann tut es in ihr dran noch wenn ihr Kopf steht ja und es ist ihr packt das schon der Worteilter abkommen also die Erinnerung gibt immer nur ausgeteilt wurde vorhin er ist auch schon ein bisschen die Union Nino Fliegen fliegen hier zum Schalberg oder der Stoff ist auch für die Sprache aus an Klammern lassen die also jetzt am Ende der 6 Krims in der Fliegerin ja also ja ich bin nicht Eisenerz, ihr... äh, ihr läuft falsch ihr läuft gar nicht falsch oder? ich weiß es nicht ihr läuft falsch ja ihr seid jetzt falsch gelaufen, habe ich das gesagt, dann bist du in die Handrichtung gelaufen ja ich wollte gucken ob davon noch Erz ist ich bin dadurch gelaufen wegen dem Schatten aber das hat mich jetzt irgendwie weh jetzt ach komm ich soll das verkackt hast hier ich bin falsch gelaufen ne ihr seid bei dir erst falsch gelaufen ja ich bin wegen dem Schatten falsch gelaufen weil der Schatten ist in der Hand in der Richtung ja ich bin deswegen auch falsch gelaufen komm mal wieder runter man hey man typisch langschwertspieler ja und die Hälfte durch den Rommel ja ich halte mich vielleicht ja komm zum zu ausgewicht nein Hubschmutter mit und erreichend hier wo auch in der Hubschmutter hier ich bin Kanzler Dumpf eh Finschburg medications durch meineершום an tended wohl thema dem gesichert deep fall kämpfen hier liegt euch ganz gut wie um tief ebenbuch hier sind quest seit wir hätten noch Station firesign gottlosen zwei Minuten Paul das war schlecht von euch ich hab mir das Destillator nur 10 Mikro auch zu zweit weil ihr Cheater seid gibt es zu ey alter ich war am Farm wegen dir hab ich den letzten Käfer nicht bekommen mit dem ich gereicht ey du guck mal das wollte gerade anzeigen, Paul, du hast mich weg gemacht ja aber auch mein Zeug zeigt ja wacht ab Dreck sagt gut, wir kriegen ein paar fette Items ich bin immer noch sauberer mal sehen, wegstecken plus 6, das braucht keiner oder braucht das irgendjemand, welche Monster müssen wir noch töten für die K-Quest Gletscher, Aknektor und ein Demonjo gut, also Gletscher machen wir auf jeden Fall noch bei Demonjo das überlegen wir uns noch also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao tschö tschö